Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchella und heute wieder für euch in Battle for Esser wird unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening. Ich war wieder fleißig, habe die letzten Tage mit mehreren Twings diese blöden Angelquests gemacht und ich hoffe, dass ich diesmal endlich meine, ja, meine Angel draus bekomme, dass ich diese Dailies nicht mehr machen muss. Und dazu haben wir jetzt hier mit dem Main 14 Säcke müssten das sein und dann gehen wir einfach nur auf den Twink und machen da auch nochmal 6 Stück auf. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Dann, erster Sack, wie wir es zu erwarten haben, nix. Ach, ich muss den Sound ein bisschen leiser machen, ich war vorher ein bisschen am Angeln tatsächlich. Und da mache ich den Sound immer ein bisschen lauter, dass ich es nicht verpasse, wenn ich mir nebenbei was angucke. Weil Angeln kann teilweise doch ein bisschen nervig sein, kann ich euch sagen. Oh no, gib mir eine Angel. Ich kriege halt nur so ein Crapzeug, ne? Ich weiß halt nicht, ob da auch irgendwas drin sein kann, was tatsächlich was wert ist, also abgesehen von der Angel. Hm, ich glaube, das sieht ganz schlecht aus. Wie viele Säcke haben wir jetzt schon? Zehn. Okay. Elf. Zwölf. Die haben halt eine echt beschissene Dropchance, ne? 0,3%. Ach komm, 14 Säcke und gar nichts. Das ist halt so bitter. Also ich kriege ein Elixier des Wasserwandelns. Das bringt mir natürlich auch nicht sonderlich viel. Gut, dann gehen wir jetzt noch auf den Twink und schauen, dass wir da am besten auch noch 6 Säcke mitnehmen, dass wir auf die 20 kommen. Ich habe ja am Anfang überlegt, soll ich das Ganze mit 10 Säcken machen? Aber da habe ich die Dropchance gesehen, habe 0,3%. Dann dachte ich mir so, vielleicht machen wir lieber 20, sonst kriegen wir das in 5 Jahren nicht. Wobei ich glaube, aus den Säcken aus der Garnision, die mache ich ja auch mit. Also ich mache sowohl die Säcke aus SW als auch in der Garnision die Daily. Da sind es glaube ich sogar 0,5%. Zumindest, was WoW Head sagt, ne? Ich bin mir da immer nicht ganz sicher, ob die Werte genau sind. Mir wurde letztens auch vorgeschlagen, dass ich doch in der Garnision diese Viecher angeln soll, die man da rausholen kann. Aber da ist die Dropchance halt auch nicht sonderlich hoch und du musst schon eine Weile in der Garnision angeln, bis du so ein Viech rausziehst. Da gibt es so, ich würde mal sagen, hässlichere Murlocs, die man da rausangeln kann und die droppen halt auch ein paar Sachen. Und da würde es theoretisch auch die ein oder andere Angel geben. Aber, naja, ob die Chance da besser ist, sei mal dahingestellt. So, jetzt gucken wir mal. Hier habe ich noch 2 Säcke und ich müsste aber auf der Bank auch noch Säcke haben. Jetzt machen wir als erstes die beiden mal auf. Also das müsste dann, sag, 15 und 16 sein. Und dann gucken wir mal auf die Bank noch. Da haben wir nämlich auch noch welche. Ja, seht ihr? Da habe ich auch noch mal ein bisschen was gelagert. Ich habe mir nämlich jetzt 5 Druids Chars rausgesucht. Eigentlich ist es egal, was für Chars, aber 5 Druids habe ich mir jetzt rausgesucht, mit denen ich versuche jetzt jeden Tag diese Säcke zu machen, um da ein bisschen schon mal was vorzulagern, falls ich jetzt mal keine Zeit oder Lust habe, dass wir da schon ein bisschen was vorgesorgt haben. Gut, dann holen wir uns noch 4 Stück raus. 1, 2, 3, 4. Kommt bitte. Hm, nix. Ich kriege diese Angeln einfach nicht. Oh weia. Oh weia. Ich kann halt noch weiter Säcke farmen. Ach. Ja gut, das war mal wieder nix. Wenn ihr wollt, schaut ihr im nächsten Opening Video wieder rein. Ich farme auf jeden Fall wieder ein paar Säcke. Und ja, dann gucken wir mal, ob ich das nächste Mal ein bisschen mehr Glück habe. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.